Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich war jetzt offline mal kurz bei Dagobert, der hier im Hintergrund steht und hab ein paar Möbel bestellt. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo wir Donald finden. Ach, da unten ist er. Da komme ich jetzt so nicht direkt hin. Donald, bleib bitte da. Ich suche dich. Ich markiere dich schon mal. So, weil ich hab mich dann doch entschieden, dass ich als erstes mit Donald weitermachen werde. So, hier ist er dran. Äh, Donald? Da ist er. Hallo. Ja, hallo. Warum versteckst du dich denn da in der Ecke? Was soll denn das? Seht euch mein Boot an. Es ist ein Wrack. Wie kann ich helfen? Endlich. Es ist an der Zeit, dass sich jemand um meine Probleme kümmert. Ich bin in den Wald gegangen, um die Kugel des Mutes zu beschützen. Niemand hat auch nur daran gedacht, sich um mein Haus zu kümmern. Wie würdest du dich fühlen, wenn dir das passieren würde? Äh, ich wäre sehr traurig. Traurig? Ich bin nicht traurig. Ich bin wütend. Wo soll ich jetzt wohnen? Können wir das Hausboot reparieren? Ach, vielleicht. Aber nicht mit den Werkzeugen, die ich habe. Ich brauche besseres Material. Hey, vielleicht kann mein Onkel Dagobert helfen. Er ist so reich, dass er von allem etwas hat. Wir sollten ihn um Hilfe bitten. Okay, ich rede mit deinem Onkel Dagobert und besorge dir ein paar Werkzeuge. Bitte schön. Bitte schön. Aber das ist doch... ...immer noch... ...ja, die Miss Daisy. Okay. Gut. Lassen wir mal so stehen. Ähm. Wir gehen zu Dagobert. Wo wir gerade schon mal waren. Was irgendwie... ...ironisch ist. Aber okay. So. Hi. Hallo. Geh, Plärin. Du siehst so aus, als ob du mich um einen Gefallen bitten willst. Es ist nicht für mich. Es ist für Donald. Er braucht Hilfe bei der Reparatur seines Hauses. Mein Tauge nichts von Neffe braucht. Also Hilfe, was? Wie ich Donald kenne, will er sie umsonst. Warum soll ich bei diesem Unterfangen Geld verlieren? Äh, weil er zur Familie gehört? Pah. Er mag zur Familie gehören, aber er behandelt mich wie eine persönliche Sparbüchse. Natürlich hat er etwas Gutes getan, um dem Tal zu helfen. Gut. Ich gebe dir etwas, was Donald helfen kann. Hier bitte. Was ist das? Die Baupläne für Donalds Haus. Du brauchst sie, wenn du sie reparieren willst. Das ist noch nicht alles. Du wirst auch ein Boots-Reparaturset brauchen. Wie viel wirst du mir für so eins abknüpfen? Oh. So etwas habe ich nicht auf Lager. Das wäre nicht rentabel. Du kannst es selbst herstellen, wenn du etwas Weichholz, Ratholz, Seil und Eisenbarren sammelst. Freundlichen Dank. Ja, was auch sonst wieder. Wir brauchen noch vier Seile. Okay. Dann gehen wir mal eben da hin. Also zur Werkbank und stellen vermutlich fest, dass wir die Seile gar nicht machen können. Ja, natürlich. Ich kann wieder nur ein Seil machen. Wie immer. Seetang. Achso, ich will aber keinen Seetang herstellen. Faser. So rum. Ich habe jetzt mal eins hergestellt. Ich weiß nämlich jetzt gerade gar nicht. Wir brauchen... Wir brauchen zehn. Okay. Oh, das wäre ein bisschen viel. Ich glaube, ich brauche noch eins, oder? Wie viele Seile brauche ich jetzt genau? Ich meine, es waren fünf... Ne, es waren glaube ich sogar nur vier, oder? Stelle Reparaturset her. Äh... Ja, es waren nur vier. Natürlich. So. Dann potten wir mal rüber. So. Das muss ich ihm aber geben. Das heißt, er macht das jetzt selber, wenn ich das richtig verstehe. Oh, eine Muschel, eine Muschel. Ich habe so viele fürs Kochen im Moment verwendet. Ich muss die mal eben einsammeln zwischendurch. Ja. Das auch. Und... Da buddeln wir natürlich wieder was aus. So. Weil, wie ich ja in der letzten Folge auch wieder erzählt habe, ich habe mich hier dumm und dämlich gebuddelt am Strand. Aber ich finde die Socke nicht. Äh, war das mit dem Wasser eben auch schon so? Wenn ja, habe ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Bitte schön. Oh, Mann. Wir haben alles, was wir brauchen. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der das Boot repariert. Kannst du das nicht selbst tun? Niemals. Ich kann viel, aber jedes Mal, wenn ich einen Hammer in die Hand nehme, schlage ich mehr auf meinen Daumen als auf die Nägel. Wenn wir zu dem Schild vor mein Haus gehen, wird mein Onkel Dagobert es vielleicht reparieren. Willst du deinen Onkel um einen weiteren Gefallen beten? Herr Duck hatte recht mit dir, ja. Okay, tolle Idee. Duck Bauunternehmen kommt zur Rettung. Klingt gut. Lass uns zu dem Schild von meinem Haus gehen. Bis bald. Wie bis bald? Wir sehen uns doch draußen wieder. So, wo kommt das Schild? Hier. Wie viel darf ich denn wieder blechen? Sei gegrüßt, Nachbar. Mein Neffe will, dass ich sein Haus zum Nulltarif repariere. Was kommt wohl als nächstes? Will er, dass ich auch für ihn darin wohne? Darin wohnen? Also du und Donald als Mitbewohner? Äh, ich glaube, das wäre eine Katastrophe. Ich sag mal nett, das könnte spaßig sein. Mach dich nicht lächerlich. Wo sollte ich meine Schätze auf so einen kleinen Hausboot unterbringen? Gut, ich werde das Haus für Donald reparieren. Aber danach wird er keinen Kreuzer mehr von mir bekommen. Kümmere dich bitte mit Donald um das Chaos im Haus. Drinnen ist es eine richtige Katastrophe. Ich betreibe nicht auch noch einen Reinigungsdienst. Hm, zumindest jetzt noch nicht. Könnte ein lohnenswertes Geschäft werden. In Ordnung, ich helfe Donald drinnen aufzuräumen. Danke, Herr Duck. Keine Zeit zum Ausruhen. Ja, geh in Donalds Haus. Äh, ja. Ist hier noch irgendwas? Da. Darf ich nicht? Doch jetzt. So, du brauchst die Sachen. Bitte schön. Sieht so ein bisschen aus wie... Ich sag's jetzt mal nicht. Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist eine tolle Freundin. Wenn ich herausfinde, wer diesen Schlamm-Massel angerichtet hat, werde ich ihm meine Meinung geigen. Moment. Was ist das für ein Schrotthaufen? Ich denke, es ist eine Zeitkapsel. Achso, das war ich. Wirklich? Für mich sieht es nur aus wie ein komisches Glas. Hey, als Randnotiz. Sieht etwas in meiner Handschrift. Steht etwas in meiner Handschrift. Zeitkapsel. Eigentum von Donald Duck. Wenn du nicht Donald Duck bist, nicht öffnen. Hey, du bist Donald Duck. Mach sie auf. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was darin ist. Ich kann sie nicht aufschrauben. Hier, versuche es. Okay. Tada. Bitte was? Ähm, keine Ahnung, wovon das jetzt gerade war. Hallo? Ja, kann ich doch mal mit dir reden? Nicht so viel meckern. Donald. Hallo. Hä? Ist der doof? Hallo? Achso, ich kann ihn anklicken, aber da steht nicht drin, dass ich mit ihm sprechen kann, oder was? Oh, jetzt erinnere ich mich. Vor dem Vergessen habe ich die gesamte Planung für das Dorf übernommen. Ich habe mir viele supergeniale Sonderprojekte ausgedacht. Darin wärst du großartig. Du hast eine große Vorstellungskraft. Und ob ich das tue? Es macht Spaß, sich etwas einfallen zu lassen, um dem Dorf zu helfen. Vor dem Vergessen hatte ich etwas Großes vor. Etwas sehr Großes. Etwas Unglaubliches. Doch dann tauchten die Nachtdornen überall auf. Und ich vergaß alles. Ich habe alles, was ich für die Umsetzung meiner Ideen benötige. In Zeitkapseln im ganzen Dorf versteckt. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich sie versteckt habe. Oder was ich bauen wollte. Ich muss mehr von ihnen finden. Danke für deine Hilfe, Gameplayerin. Jederzeit-Dunnel. Ah! Ja. Oh Gott, da kriegen wir sein Matrosenhämmchen. Oh Gott. Ja, dich nehmen wir... Dich nehmen wir auch für die Gartenarbeit. Alles andere wäre natürlich Schwachsinn. Weil ich nehme ja niemanden mit, wenn ich irgendwie sammeln gehe oder so. So. Und dich nehmen wir dann auch mal direkt mit. Nein, ist es nicht. Lass uns abhängen. Oh Junge, das klingt super. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, ob er mich jetzt direkt verlässt. Wenn er jetzt schon davon spricht... Ich würde jetzt übrigens... Ach, hier unten? Ne, die Karotten, die sind das nur... Naja. Das sind nicht die Kürbisse. Die brauchen, glaube ich, noch ein bisschen. So, mich würde es jetzt mal interessieren, was er denn so levelt. Er ist gerade auf Level 2 gekommen. So, eigentlich wollte ich das Ganze jetzt hier nicht rausschneiden. Sondern ihr solltet mal ein bisschen mitbekommen, wie viel er denn tatsächlich levelt mit diesem kleinen Feld. Aber leider ist das Video doch sehr, sehr lang geworden. Deswegen mache ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Er hat gerade auch schon im Hintergrund einen Level abbekommen. Deswegen mache ich hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen dann das Ergebnis sofort. Ja, und was ihr jetzt leider nicht mehr sehen könnt mit der Aufnahme. Durch dieses kleine Feld ist er jetzt auf Level 5 aufgestiegen. Und ich finde, das ist doch ein recht gutes Ergebnis. So. Achso, er ist ja noch mit mir unterwegs. Okay. Ich wollte schon sagen, ich war nämlich gerade am gucken, ob er jetzt schon wieder am schlafen war. Ich finde das grausig, dass die um 10, teilweise 11 Uhr, immer direkt schon am schlafen sind. So, komm mal mit mir hier aufs offene Feld, bitte. So. Hi, Gameplayerin. Willst du mir helfen, einen Streit mit Goofy zu schlichten und zu beweisen, dass ich recht habe? Das kommt drauf an. Worum geht es bei dem Streit? Goofy behauptet, er habe einmal einen Wels in einem See gefangen. Aber es gibt keine Wels in den See. Goofy weiß nicht, wovon er spricht. Er kennt sich nicht so gut aus wie du. Nee, Goofy ist ein bisschen dusselig, aber er kennt sich mit vielen Dingen aus. Ich weiß nicht so recht. Ganz genau, er hat keine Ahnung von Fischen, wenn er glaubt, dass Wels in Seen leben. Jeder weiß, dass der Wels im Meer lebt. Äh. Ich glaube, Wels sind... Der Wels ist im Supermarkt heimlich. Das ist geil. Ähm. Also ich weiß, dass ich schon in einem See geschwommen bin, wo es drei Meter große Wels gab. Also sage ich mal, ich glaube, Wels sind Süßwasserfische. Was? Äh. Jetzt muss ich beweisen, dass du und Goofy falsch liegen. Wir fahren ans Meer, um Wels zu fangen. Du solltest besser wie ein echter Fischer aussehen. Wenn man einen echten Wels fangen, wird es überall nass werden. Du wirst doch nicht nass werden wollen. Hier, zieh die Watthose an. Echt jetzt? Okay. Ich hasse es, andere Dinge anzuziehen. Ganz ehrlich. Uh. Äh. Ah. Fange ein paar Fische im Meer. Na gut, er redet nur von Fischen, nicht von Welsenden. Wajana ist auch schon im Schlafen. Und Wajana hat mir, soweit ich weiß, noch keine. Erzählen Algen auch dazu eigentlich. Aber dann würde da nicht den Fage Fische, sondern... Ja. Angle im Meer, ne? Denke ich mal. So. Was haben wir hier? Kabel, ja. Unsere Stelle ist noch da. Was macht die denn jetzt? Nein, du sollst da bleiben, wo du... Hä, was ist das denn? Was macht die denn? Wieso geht die da nicht rein? Jetzt. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sehen konnte, aber das ist immer in dieses Feld reingesprungen und direkt wieder nach vorne zu mir gesprungen. So, Hering. Wenn ich jetzt keinen Wels fange, dann, äh, kommt bestimmt noch der Spruch von wegen, ich kann einfach nicht gut angeln oder sowas. So, es tut mir leid. Na, na, na. Das war so klar. Kann man das so mit auffüllen? Ja. So, es sieht sowas von selten dämlich aus mit meinen herrschaftlichen Flügeln und, 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 und Krone und Haare und weiß ich nicht was alles und dann hier diese, ne? Diese Angelklamotten dazu. Das sieht sehr lustig aus, ja. So, Muscheln sammeln wir natürlich auch mal eben zwischendurch. Da haben wir noch was. Oh, jetzt lauf. Komm. So, eigentlich wollte ich die Folge jetzt nicht so lange machen. Ich sehe wieder nichts wegen diesen blöden Palmen hier. Ach, das ist, ich kann hier nicht stehen. Ich kann hier, man, du dummes Schwein, geh mir doch mal aus dem Weg raus. Wetten, dass das jetzt nicht zählt, weil das nicht automatisch in die Mitte gezogen wurde. Na gut, aber ich habe zumindest einen Fisch bekommen. So, fange am schillernden Strahlen Fische, habe ich, glaube ich, gerade gehabt. Das war jetzt aber der vierte. Äh, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet. Aber ich glaube, der hat den gerade mitgezählt. Hallo Merlin, wieso angelst du Ariel? Oder Ariels Grotte. Finde ich nicht gut von dir. So, der geht auf jeden Fall rein. Ach, ganz ehrlich, musst du mich so erschrecken? Oh, das ist blau. Blau ist sehr gut. Habe die Muschel auf, bitte. Danke. So, und jetzt ist mal bitte da rein und nicht wieder abbrechen. Jetzt hat er nicht gebackt. Das war jetzt irgendwie... Das war gut, aber seltsam. Oh, ich habe wirklich gleich eine Millionfrau im Haken. Ein Königsfisch, sehr geil. So. Ich bedenke nur meine Stitch-Quest. Deswegen immer mal wieder zwischendurch hier umschaufeln. Wenn ich was sehe. Hinten sehe ich jetzt gerade aktuell nichts zum Angeln. So. Drei fehlen uns noch. Ist ja eigentlich schon ein sehr gemütliches Spiel. Oh, was ist jetzt los? Haben wir einen Wels gefangen? Ach so. Oh, ich dachte gerade schon. Ich habe jetzt doch einen Wels gefangen, dass er hier so im Jubeln ist. Oh, er hat nur ein Level-Up gehabt. Okay. Was natürlich sehr gut ist, weil Level-Ups immer positiv sind. Was ist das? Nein! Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt... Das ist nicht die Stitch-Socke. Ich denke, die muss man ausgraben. Also, ihr seid jetzt mal zur... Ich gehe jetzt... Ich nehme das jetzt. Boah. Ihr könnt mich... Boah. Dafür bin ich wochenlang hier rumgelaufen und habe alles ausgegraben. Was sind das für selten dämliche Aussagen von... Ich weiß nicht, wie diese Computerzeitschriften da alle heißen. Mit ihren gummischen Blocks. Ich wollte gerade sagen, darf man auch sehen, wo man hier drücken muss? Oder... Oh, ey. Das ist nicht euer Ernst. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt irgendeine Voraussetzung war, die ich jetzt erfüllt habe. Oder ob das jetzt irgendwie vielleicht während der Quest erst erscheint. Oder keine Ahnung was. Aber das ist wirklich nicht euer Ernst. Ich meine, ganz ehrlich, wenn man schon da reinschreibt, man soll es am Strand ausbuddeln, was ja schon eine glatte Lüge ist. Es sei denn, dass es mal geändert wurde, wovon ich nicht ausgehe. Weil das Spiel ist ja... Ja, dieses Jahr erst rausgekommen. Also quasi gerade erst rausgekommen. Boah. Ich fühle mich gerade so verarscht. Ganz ehrlich. Du hast es geschafft. Äh. Wir haben eine Menge Fische gefangen. Aber keiner von ihnen ist ein Wels. Vielleicht hatte Goofy recht. Das ist unmöglich. Ich schwöre. Erst neulich habe ich hier ein Wels gefangen. Folge mir. Äh. Äh. Und jetzt? Fange den Wels. Mal gut. Wenn das jetzt ein Sockel ist, ne? Hehehe. Dann lache ich mich, glaube ich, gleich kaputt. Ganz ehrlich. Ähm. Es war eine Zeitkapsel. Okay. Wie, hallo? Äh. Hier. Was? Du hast noch eine der Zeitkapseln gefunden, die ich im Dorf versteckt habe? Gib sie mir. Bitteschön. Ich dachte gerade, da kommt ein Hai raus. Mist. Der Deckel ist fest zugeschraubt. Man muss ihn nur drehen. Bitteschön. Ich habe ihn für dich gelockert. Du kannst ihn jetzt öffnen. Äh. Ja. Genau. Die ist ja auch gar nicht total, äh, verrostet. Ah, okay. Verzauberte Kapseln, oder? Wie muss ich das verstehen? Ich, äh, fange an, mich zu erinnern, was in der Zeitkapsel war, Gameplayerin. Und wenn Merlin dabei war, muss es wirklich wichtig gewesen sein. Was hat er dir gesagt? Oh, verflickst. Dieser Teil meines Gedächtnisses ist immer noch verschwommen. Ich habe außerdem einen Platz auf der sonnigen Ebene gesehen. Weißt du etwas darüber? Ich muss darin etwas versteckt haben. Etwas Wichtiges. Wir müssen nachsehen. Was ist mit dem Wels? Der Wels kann warten. Lass uns zur sonnigen Ebene gehen. Okay. Sonnige Ebene. Jawohl, Sir. Finde den Ort der Erinnerungen. Könnte das der mit den blauen Blubberblasen sein? Wir testen das mal kurz ansonsten. Obwohl da hinten sind auch wieder... Nicht, dass er die jetzt überall hier ins Wasser geworfen hat oder so. Okay, hier zumindest schon mal nicht. Das ist ein Buntbarsch. Okay. Ach so, da kann ich gar nicht hin. Ja, ich würde sagen, dass ich hier mal die Stellen ein wenig abangele. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt mit sowas zu tun hat. Ein bisschen rumlaufe. Und wenn das denn zu lange dauert... Was ist denn das da hinten? Aber das ist nur Holz, glaube ich, oder? Ich kann da gar nicht so drauf achten. Das ist ein neuer Fisch, oder? Ein Zander? Ne, das ist nur Holz da hinten. Wenn das zu lange dauert und ich nicht herausfinde... Oh, das müssen wir mitnehmen. Das ist gut. Und ich nicht relativ zügig herausfinde, wo dieser Ort ist, dann mache ich hier mal eben einen kleinen Cut. Auf die andere Seite müssen wir gehen. Da oben können wir noch hin. Weil die Folge nämlich doch schon sehr lange ist. Oder vielleicht müssen wir ja auch buddeln. Das kann auch sein. Oder vielleicht auch nicht. Na gut. Weil die Folge doch schon sehr lange ist und ich das jetzt nicht noch mehr überziehen möchte. Ich laufe hier mal so ein bisschen rum. Und schalte euch dann gleich wieder hinzu. Sollte ich was finden. Skadu stehst da gerade in einer denkbar ungünstigen Position. So, hier ist es nicht. Ja, bis gleich. Ja, ihr Lieben. Ich weiß jetzt nicht. Sie will da nicht so richtig ran. Ich mache das erstmal weg hier. Also, nachdem ich hier zig Runden gedreht habe, allerdings auf der anderen Seite auch, habe ich sinnigerweise gelesen, dass da oben stand, dass ich das untersuchen soll, um herauszufinden, ob hier was vergraben ist. Und entsprechend bin ich dann nochmal mit der Schaufel hier komplett durchgelaufen. Und habe jetzt endlich die Stelle gefunden. Nein. Och, Mensch. Schwein. So, dann machen wir hier mal weiter. Bitte schön, noch eine Kapsel. Na komm. Eine weitere Zeitkapsel. Ah, diese hier sieht anders aus und sie ist fest verschlossen. Was auch immer darin ist, muss super wichtig sein. Ich werde versuchen, sie eine Weile gegen einen Stein zu schlagen. Vielen Dank für deine Hilfe, Gameplayerin. Moment mal. Es ist uns nie gelungen, einen Wels im Meer zu finden. Oh. Oh, Mist. Vielleicht hatte Goofy recht. Du solltest dich entschuldigen. Du hast recht. Danke für deine Hilfe, Gameplayerin. Ich werde mich bei Goofy entschuldigen. Und ich gebe dir Bescheid, wenn ich herausgefunden habe, wie man diese Zeitkapsel öffnet. Okay. Okay. Oh je, es wird spät. Ja, ja, ja. Ich weiß. Die Frage ist jetzt, ähm... Ja, hat eine neue Aufgabe. Das heißt, das ist wahrscheinlich nicht die Aufgabe, die ich jetzt gerade... Ähm... Achso, das war jetzt nur Sammlung. Das wollte ich jetzt gar nicht machen. Das ist wahrscheinlich nicht die Aufgabe... Achso, wir sollten hier mal... diese grausigen Klamotten ausziehen. Nein. Ach, da habe ich mal ein bisschen rumprobiert übrigens. Wie das so funktioniert. Äh... Wo haben wir denn... Ich denke mal, dass es das hier oben ist. Wo haben wir denn das, was wir gerade anhaben? Ah... Da. Zack. Dann habe ich jetzt wieder meine schönen Klamotten an. Ja. Ähm... Das ging dann am Ende doch noch recht schnell. Auch wenn es... Naja, für euch ging es schnell. Für mich ging es nicht so schnell, weil ich hier die ganze Zeit durch die Gegend geirrt bin. Ich bin dann auch schon über die obere Ebene nach unten gegangen. Auf der anderen Seite habe ich dann natürlich auch nichts gefunden. Naja. Reden wir mal lieber nicht drüber. Ähm... Ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge wahrscheinlich mit Donald weitermachen. Wenn ich es nicht vergesse, weil ich möchte dann ehrlich gesagt doch gerne das Ganze so ein bisschen abschließen. Und hoffe, dass wir dann dadurch auch Stitch freischalten können. Aber ich möchte halt schon gerne diese Sachen mit den Zeitkapseln. Das hat mir jetzt so ein bisschen... Hat mich so ein bisschen getriggert, ne? Das hat so ein bisschen mein Interesse gewechselt... Äh... Geweckt. Und ja, ich möchte halt doch schon gerne wissen, was es damit auf sich hat. Das könnte vielleicht ja auch irgendwas sein, was mir hilft. Was ich nicht glaube, aber... Naja. Weil er meint die ganze Zeit so... Ne? Er wollte halt das Tal verschönern oder verbessern oder sowas. Und das hat was mit den Zeitkapseln zu tun. Und... Ja, ich bin da noch ein bisschen gespannt drauf. Muss ich jetzt zugeben. Okay, dann würde ich mal sagen, dass... Äh... Ja. Danke für alle, die Kommentare geschrieben haben, was das mit Stitch auf sich hat. Ich habe es jetzt auch so rausgefunden. Wie das dann immer so ist, man stellt eine Frage und in der nächsten Folge denkt man... Ach so. So war das. Ja. Ja, Schweinchen. Mach nicht immer eine Fotobombe, wenn ich mich gerade am Verabschieden bin, bitte. Und weg geht's wieder. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.